Bitte verkackt's heute nicht, okay? Nen, hey, entspann dich. Haben wir dich jemals enttäuscht? Äh, ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint. Haha, nee, nee, Späßchenhäschen. Der Ralle, der hält heute auch wieder die Null. Aber Logo, an mir kommt heute keiner vorbei. Ja, ich hab ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Sodala, erster Angriff. Lexi, Lexi, mach nur rein. Hä? Tod, der ist drin, das gibt's nicht. Ja, hab ich den, relaxen, mein Arsch. Wir fühlen gegen Scholke. Ey, das war schon wieder sowas von vorhersehbar, ne? Ruhig bleiben, 1860 hat auch Qualitäten. Qualität? Was für Qualität, Digga? Die haben in Liga 3 bisher zwei Spiele gewonnen. Zwei! Keine Sorge, nach der Halbzeit, da machen wir's wie bei der Wasserflasche. Was? Na, da drehen wir auf. Oh Gott. So, Männer, nächster Angriff. Wo ist die Lücke? Aufpassen, Malik, der Lex. Hm? Oh, da muss ich die Notbremse ziehen. Paul, Rotmalik, ciao. Ja? Ciao. Ja, so ist mein Name. Was ist denn? Ja, den mein ich nicht. Ich mein ciao im Sinne von auf Wiedersehen. Ach so, sagen Sie das doch gleich. Ciao. Ja, keine Sorge, das kriegen wir noch hin. So, so, ja? Ja, na klar, wir drehen das noch. Bist du dir da sicher? Ja, Logo, jetzt geht's erst richtig los. Schluss, aus, Ende. 1860 gewinnt. Ja, Halleluja, ich glaub, mein Schwein pfeift. Ochtelfinale, wir kämen. Ach, das ist jetzt aber doof. Ja, hat doch nicht gereicht. Brr, das war schon wieder sowas von typisch Schalke, Digga. Brr. Brr, das war schon wieder sowas von typisch Schalke, Digga. Brr, das war schon wieder sowas von typisch Schalke. Brr, das war schon wieder sowas von typisch Schalke.